Der Bruchgebäudereiniger gefällt mir. Das hat große Vielfalt. Man ist viel unterwegs, man lernt vieles Neues kennen. Man macht etwas für die Menschheit, man reinigt etwas und das freut mich auch sehr. Deswegen mache ich auch den Bruch. Nach der Lehre und den Skills möchte ich eine Weiterbildung machen, nachdem ich ein Jahr Pluserfahrung erarbeitet habe und ein Objekt leiten werde, wenn nicht noch höher, wenn es geht. Ich würde mir sehr viel Mühe geben, damit ich so hoch komme, wie es nur geht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020